Möchtest du heute Abend außer Haus essen oder willst du lieber zu Hause bleiben? Lass uns zu Hause bleiben. Ich habe ein paar Lebensmittel vom Supermarkt mitgebracht, kann uns also etwas kochen. Okay, toll. Was kochen wir? Ich kann dir helfen. Okay, toll. Was kochen wir? Ich kann dir helfen. Okay, toll. Was kochen wir? Ich kann dir helfen. Prima. Lass uns ein italienisches Gericht zubereiten. Kannst du das Gemüse schneiden? Ich erhitze das Wasser für die Nudeln. Prima. Lass uns ein italienisches Gericht zubereiten. Kannst du das Gemüse schneiden? Ich erhitze das Wasser für die Nudeln. Prima. Lass uns ein italienisches Gericht zubereiten. Kannst du das Gemüse schneiden? Ich erhitze das Wasser für die Nudeln. Kein Problem. Soll ich das ganze Gemüse hier klein schneiden? Kein Problem. Soll ich das ganze Gemüse hier klein schneiden? Ja, bitte. Wir müssen es diese Woche verbrauchen. Ich spüle, während wir kochen, damit wir uns nach dem Abendessen entspannen können. Ich spüle, während wir kochen, damit wir uns nach dem Abendessen entspannen können. Ich spüle, während wir kochen, damit wir uns nach dem Abendessen entspannen können. Das ist eine gute Idee. Ich hoffe, dir schmeckt das Essen. Das ist eine gute Idee. Ich hoffe, dir schmeckt das Essen. Das ist eine gute Idee. Ich hoffe, dir schmeckt das Essen.